Mein Name ist Sascha Rabe und heute spreche ich mit dir über ein Thema, das ist ein bisschen komplexer, aber das Thema Geldanlage und da hat der Herr Markowitz mal einen Nobelpreis bekommen, weil er die optimale Kurve ermittelt hat von Chancen und Risiken bei der Geldanlage. Und einige Investmentfonds arbeiten nach diesem sogenannten Markowitz-Modell. Achtung an der Stelle, wenn du diese Investmentfonds kaufst, dann kauf keine anderen zusätzlichen Investments oder berücksichtige die vorhandenen, weil ansonsten tötet es das Modell. Ist klar, wenn du die optimale Kurve hast und du packst etwas dazu, was nicht dazu gehört, dann tötet es das Modell. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.